Nachdem Leroy Sané ja gegen Dänemark starten durfte, ist es jetzt wohl so, dass jetzt erneut die Ersatzbank droht. Denn Julian Nagelsmann, er plant wohl im Spiel gegen Spanien ohne Sané. Hintergrund natürlich auch die eher, ich sage mal, durchwachsende Leistung von ihm. Wir schauen uns mal diesen Bericht an. Zudem sprechen wir auch über Ryan Turkey, denn er steht jetzt wohl kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Und man holt einen 20-jährigen Offensivspieler, der wirklich bei allen Top-Klubs auf dem Zettel stand. Und wir schauen kurz noch mal auf den Transfer von Matthias de Ligt. Jetzt gibt es konkrete Zahlen, wie viel verlangt der FC Bayern München, wie günstig oder wie teuer wird der Transfer. Das und weitere Themen jetzt hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Und checkt gerne mein Instagram ab, budi-inside, für noch mehr News. Aber damit gehen wir doch rein in das erste Thema. Und das soll Sané und ein potenzieller Startelf-Einsatz gegen Spanien sein. Denn das soll zumindestens mal laut übereinstimmenden Medienberichten jetzt kein Thema mehr sein. Relativ überraschend stand ja Leroy Sané am vergangenen Samstag vor dem Youngster Florian Witz in der Startelf. Das war das erste Startelf-Debüt beim DFB-Team in diesem Jahr. Und man muss sagen, das war wohl nur eine Momentaufnahme. Julian Nagelsmann, der ordnete das Ganze auch ein, er sagte, es hängt auch von der Trainingsleistung ab. Wir haben nicht nur zehn Feldspiele identifiziert, die viel Spielzeit bekommen werden, sondern 13 oder 14. Leroy ist einer von ihnen. Es ist immer möglich, dass wir jemanden aus den drei Offensivspielern rotieren. Das hatte jetzt Julian Nagelsmann nach dem Dänemark-Spiel gesagt. Aber man muss sagen, der Auftritt von Sané, na der war eher so, ich sage mal, wir können das Ganze unter Bemüht abstempeln. So richtig ins Spiel kam der 28-Jährige definitiv nicht. Keine Aktion, die jetzt irgendwie mega nennenswert war, ist bei mir hängen geblieben. Und so hatten auch viele Medien-Fans, Experten das Ganze, ich sage mal, als ausreichend attestiert und natürlich Kritik geübt. Kritik, weil man erwartet einfach mehr von Leroy Sané. Florian Witz, der hat einfach in den Spielen davor auch mehr gezeigt. Und so sind sich diverse Experten und Medien einig. Nagelsmann wird Sané wieder rasieren und ihn zurück auf die Ersatzbank setzen und eben jemand anderes spielen lassen. Aber ist das auch das Richtige? Man muss sagen, gegen Spanien haben wir es ja gesehen, die Georgier, die haben so ein bisschen gezeigt, wo die Schwachstellen sind. Kontermomente, Kontersituationen und die kann man natürlich mit einem Leroy Sané auf jeden Fall spielen. Der bleibt relativ hoch stehen. Und ein Florian Witz hingegen, der lässt sich ja eher fallen, Spiel aufbauend, hat nicht so viel Tempo wie ein Sané. Vielleicht ist das ja von der Analyse her einfach dann die richtige Aktion, dass man weiterhin hier auf Leroy Sané vertraut. Andersrum sagte Nagelsmann auch, wir werden sehen, was in der Kombination am besten funktioniert. Und da muss man sagen, da hat Florian Witz definitiv gefehlt. Denn er hat sowohl für Musiala gefehlt, er hat aber auch für Gündogan gefehlt. Er hat so ein bisschen noch so das Bindeglied zwischen Groß und Andrich und der Offensivreihe, weil er sich ja echt immer mal tiefer fallen lässt. Und ich finde, genau das hat eben am vergangenen Wochenende gefehlt. Und ich glaube, genau deswegen werden wir auch keinen Sané gegen Spanien sehen. Aber ganz ehrlich, ich bin vollkommen offen. Der Trainer überrascht mich immer wieder mit seinen Entscheidungen, wen er dann spielen lässt, wen er dann nicht spielen lässt. Alle haben mit Füllkrug gerechnet und jetzt hat auf einmal wieder Havertz gespielt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass jetzt Füllkrug spielt. Denn gegen die Spanier, da ist die Kopfballstärke vielleicht ein Thema. Und dann könnte Havertz auch zurück auf diese Zehner- oder Außenposition rotieren. Ich glaube nämlich nicht, dass unter Julian Nagelsmann jemand anderes spielen wird als Kai Havertz. Also ich glaube, er wird immer unter Julian Nagelsmann spielen, denn Julian Nagelsmann scheint sehr, sehr große Stücke auf eben Kai Havertz zu halten. Und das aber auch zu Recht. Das so meine Meinung zu dem ganzen Thema. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Und dann sprechen wir doch über einen fixen Transfer, der jetzt wohl sozusagen kurz vor dem Verkündung steht. Das ist nämlich der von Ryan Scherke zu Borussia Dortmund. Und das ist ein echter Hammer-Transfer, muss man ganz klar sagen. Es ist ein 20-jähriger Franzose, der aktuell bei Olympique Lyon spielt. Und da sind die ganz großen Klubs dran gewesen. Es gab ganz, ganz viele Interessenten und jetzt soll tatsächlich sogar auch Paris Saint-Germain ein Angebot abgegeben haben. Aber es ist wohl so, dass sich Cherki für den BVB entschieden haben soll. Der Deal hat Fahrt aufgenommen. Der BVB ist zuversichtlich, dass man den Transfer in den nächsten Tagen eintüten kann. Und damit holt man ein extrem populäres Talent. Einen Spieler, der irgendwie auch schon lange als Talent gilt. Also ich erinnere mich, dass ich den Typen schon an FIFA gekauft habe. Also falls ich falsch bin, sagt man das gerne. Aber ich glaube, das war doch einer von den Spielern, die man früher wirklich ganz, ganz häufig als Top-Talente unter anderem bei FIFA oder EFC gesehen hat. Naja, was ist das für ein Spielertyp? Zehner. Hört sich für mich ganz stark nach einem Nachfolger von eben einem Marco Reus an. Viel Potenzial. Man muss aber andersrum sagen, ja, also in den letzten Saisons dieses Jahr 33 Spiele gemacht. Ein Tor, sechs Vorlagen. Davor 34 Spiele, vier Tore, sechs Vorlagen. Also er bringt schon ein bisschen was mit. Marktwert 25 Millionen Euro, hat noch Vertrag bis 2025. Genau deswegen wird man ihn wohl für 15 bis 20 Millionen Euro bekommen. Ein Transfer, der sich auszahlen kann, wenn der Spieler richtig durchbricht. Der aber natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden ist, weil das jetzt hier kein Spieler ist, der schon auf internationaler Bühne bewiesen hat, dass er es richtig drauf hat. Ich bin gespannt, glaube aber, dass das ein sehr, sehr interessanter Spieler ist und grundsätzlich ein Transfer, der sich sehen lassen kann. Ein Transfer, der sich sehen lassen kann, das könnte auch der von Dennis Underf zu dem VfB Stuttgart werden. Und wie da jetzt berichtet wurde, will Stuttgart da so richtig tief in die Tasche greifen. Denn heute wurde es nochmal ganz klar gesagt, der VfB hat ja die Klausel gezogen. Dann gab es direkt wieder eine Rückkaufklausel, die Brighton of Albion gezogen hat. Und wie der Kicker jetzt berichtet, will man jetzt tatsächlich 30 Millionen Euro haben. Und das ist eine Summe, die tatsächlich der VfB Stuttgart wohl sich kosten lassen will. Das Gesamtvolumen des Deals mit Vertrag für Dennis Underf wird wohl 50 Millionen Euro beanschlagen. Und das ist eine Summe, die wohl VfB Stuttgart bereit ist zu zahlen. 19 Tore und 10 Vorlagen, das spricht natürlich eine ganz, ganz deutliche Sprache. Dennis Underf hat in dieser Saison gezeigt, dass er ein X-Faktor sein kann, dass er sehr, sehr wichtig sein kann. Das hat ja letztendlich auch dazu geführt, dass er eben jetzt beim EM-Kader dabei ist. Und man möchte ihn unbedingt halten. Es scheint so, dass hier tatsächlich ein Angebot in Arbeit ist. Das wird in den nächsten Tagen nochmal übergeben werden an Brighton of Albion. Aber Stuttgart möchte es ernst machen. Und Dennis Underf, der hat es nochmal ganz deutlich gemacht. Er möchte nur zum VfB Stuttgart. Er möchte unbedingt bleiben. Ich bin gespannt, ob das etwas wird. Wir behalten das im Auge. Ihr erfahrt hier natürlich wie immer alle Infos. Dann sprechen wir doch über den Preis für Matthias De Ligt. Heute Mittag haben wir schon über ihn gesprochen. Und da kommt jetzt so langsam richtig Fahrt in den Poker rein. Denn jetzt ist klar, was der FC Bayern München wohl haben will. Und man muss sagen, günstiger als gedacht. Sie machen ein fettes Transfer Minus. Wir haben ihn ja damals selber für 360 Millionen Euro gekauft. Und jetzt ist die Summe klar. Denn nach Informationen von Sky ist es wohl so, dass der FC Bayern München Matthias De Ligt für ein Angebot von 50 Millionen Euro plus Boni zielen lassen würde. Das Untermarktwert, der wird ungefähr auf 65 Millionen Euro geschätzt. Dementsprechend ist es so, dass man jetzt hier tatsächlich relativ günstig einen Spieler wie De Ligt kommen würde. Fußball.News, die haben aber nochmal gesagt, ja, das ist aber eigentlich immer noch zu viel für die Red Devils. Die wollen 40 Millionen Euro plus Boni zahlen. Man ist jetzt hier nicht mehr viel auseinander. Der niederländische Telegraph hat ja auch bereits bestätigt, ja, De Ligt ist offen für einen Wechsel zu Manchester United. Das haben wir heute Mittag schon besprochen. Und dementsprechend glaube ich, dass jetzt hier diese 10 Millionen Euro, die da noch dazwischen sind, mit einer Weiterverkaufsbeteiligung, mit höheren Boni-Zahlungen, mit X, mit Y, noch überbrückt werden können. Und ich glaube, dass ein Transfer zu Manchester United nur noch eine Frage der Zeit ist. Ich gehe fest von einem Abgang von Matthias De Ligt aus. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung wie immer in die Kommentare. Das war's von mir. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.